Wir beginnen mit dem stillen Sitzen, um ein ruhiges Gewahrsein zu finden. Dann erinnern wir uns an die Grundhaltung, zu allen wie zu sich selbst. Und beginnen mit dem Wunsch, möge ich glücklich sein und die Ursachen des Glücks besitzen. Wenn ich mir den Satz innerlich sage, trifft er auf Widerstände oder wird er voll angenommen? Öffnet es sich in mir, wenn ich mich fürsorglich, liebevoll mir selbst zuwende? Lasst uns das für einige Momente ausprobieren. Indem wir uns innerlich sagen, möge ich zutiefst glücklich sein. Möge ich die wahren Ursachen von Glück in meinem Herzen freisetzen. Wir können diese Wünsche verstärken, indem wir einen Buddha in unserem Herzen visualisieren, der uns durch Licht seine Liebe schenkt. Dabei geht es darum, dass wir uns ganz darauf einlassen, diese Liebe zu empfangen, so eng und beschränkt wir uns auch fühlen mögen. Möge ich zutiefst glücklich sein. In deber Ihnen nachvollziehen Sie zu binnenlekt? Hm. REG Wenn uns dies leicht fällt und die liebevolle Zuwendung wie Butter in uns schmilzt, ohne dass Widerstand in uns aufkommt, dann können wir den nächsten Schritt gehen und dieses Wohlwollen einer anderen Person entgegenbringen. Wir wählen dafür am besten eine Person, die wir mögen und mit der wir eine grundlegend liebevolle Herzensverbindung haben. Wir wünschen ihr genauso, wie zuvor uns selber, mögest du glücklich sein, zutiefst glücklich. Mögest du unendlich viele Quellen des Glücks entdecken. Mögest du in all deinem Denken und Handeln Glück bewirken und Glück erfahren. Wir fühlen hin, ob wir dieser Person wirklich rückhaltlos alles Gute wünschen können. Lasst uns das für ein paar Sekunden mit einer Person machen, der wir höchst dankbar und in Liebe verbunden sind. Da fällt es uns für gewöhnlich leicht, so zu denken. Es kann unterstützend sein, sich als Brücke für diese Herzensgüter auch hier einem Bruder im Herzen vorzustellen, von dem Licht zu der anderen Person ausstrahlt. Das erleichtert es, Zugang zu dieser liebevollen Zuwendung in uns zu bekommen. Aber wir dürfen uns nicht hinter diesem Buddha verstecken, sondern sind mit unserem ganzen Herzen dabei. Mögest du zutiefst glücklich sein. und wir dürfen uns nicht Und das ist Wenn wir bei der ersten Person spüren, wie wir uns öffnen und ihr ganzen Herzens ein solches Glück wünschen können, dann nehmen wir eine weitere Person hinzu, der wir liebevoll verbunden sind. So machen wir weiter, bis wir eine Gruppe von Personen beisammen haben, mit denen uns die Übung leicht fällt und der wir als Ganzes unsere Herzenswärme schicken. Es wird empfohlen, dasselbe dann auch mit Menschen zu praktizieren, denen wir neutral gegenüberstehen, bei denen wir also weder Anhaftung noch Ablehnung verspüren. Die Zahl solcher Menschen, mit denen wir wenig intensive Beziehungen haben, ist natürlich groß. Unter Umständen kommen wir hier mit vielen inneren Widerständen in Berührung. Wieso soll ich jemandem Gutes wünschen, den ich gar nicht kenne? Vielleicht ist er ein Schurke oder ein ausgeprägter Egoist. Bei solchen Bedenken können wir uns fragen, kann es schaden, wenn ich jemandem Gutes wünsche? Gebe ich dadurch das Heft aus der Hand, die Kontrolle? Habe ich Angst, dass ich mich dann nicht mehr abgrenzen kann und nicht mehr Nein sagen darf, wenn der etwas von mir möchte? Es ist wichtig, sich diese Fragen anzuschauen. Wenn unser Geist weich und geschmeidig geworden ist und sich diese Grundhaltung vertraut anfühlt, werden wir diese Praxis zunehmend mit Menschen ausüben, die schwierig für uns sind. Wir würden so lange damit arbeiten, bis unser Herz auch für diese Personen aufgeht. Aber Vorsicht, seien wir hier nur nicht zu schnell. Lasst uns das mit einer neutralen Person versuchen. Mögest du zutiefst glücklich sein. Mögest du zutiefst glücklich sein. Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn wir an irgendeinem Punkt der Praxis merken, dass wir aus dem Gleichgewicht kommen, kehren wir am besten zum Annehmen von uns selbst zurück oder in die stille Meditation. Dabei drücken wir dieselben guten Gedanken, die wir für andere kultivieren, wieder uns selbst gegenüber aus, sodass kein Ungleichgewicht entsteht zwischen dem, was ich anderen wünsche und dem, was ich mir selbst zugestehe. Wir sind manchmal etwas voreilig und wünschen anderen etwas, das wir selber nur mit größter Mühe annehmen können. Manchmal haben wir sogar Mühe anzunehmen, auch nur einen Moment glücklich zu sein, einfach nur entspannt und glücklich sein, ohne etwas dafür tun zu müssen, ohne etwas beweisen zu müssen. Es klingt so einfach, ist es aber oft nicht. In der Praxis geht es um wahres, authentisches, leidfreies Glück und seine Ursachen. Wir könnten auch einfach sagen, möge ich, mögest du, vollkommen erwacht sein. Das würde diese vier Wünsche in einem zusammenfassen. Plötzlich müssen wir vielleicht schlucken, ich, vollkommen erwacht? Oder, und wenn die jetzt vor mir erwachen, dann können wir uns sagen, ja genau, vollständiges Erwachen für dich selbst und für andere. Wenn wir mit uns selbst anfangen und dann jede Woche in täglicher Praxis mit einer Person arbeiten, haben wir innerhalb eines Jahres mit 52 Personen diese liebevolle Haltung geübt. Was glaubt ihr, wie das unser Leben verändert? Wenn wir uns jeden Tag nur eine Viertelstunde Zeit nehmen. Wie anders sieht das Leben aus in einem Jahr? Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist ein Sonderangebot von Buddha Shakyamuni. Kostet nichts. Ganz einfach. Braucht nur etwas tägliche Praxis. Im zweiten Jahr können wir die Gruppe über die 52 Personen hinaus ausdehnen und die Grenzen erweitern. Viele Praktizierende würden am liebsten sofort in die grenzenlose Liebe vorstoßen. Doch die würde zunächst sehr abstrakt bleiben. Denn der Prozess braucht seine Zeit und bedarf immer wieder der Integration mit den Herausforderungen unseres Lebens. Es darf nicht nur abstrakte Liebe bleiben. Aufgrund unserer starken Muster zeigt sich nur allmählich eine authentische Herzensöffnung, in der sich die Welt nicht nur um mich selbst dreht. Aber mit zunehmender Übung wird der Weg leichter, weil wir mit ihm vertraut werden und wissen, wie gut es tut. Und dass uns schlussendlich doch nichts anderes übrig bleibt, als unser Herz zu öffnen. Es kann sein, dass wir Wochen oder Monate lang nur mit dem ersten Schritt beschäftigt sind, zum Annehmen von uns selbst zu kommen. Das ist völlig in Ordnung so und wird uns vermutlich unser ganzes Leben immer wieder begleiten. Dieser erste Schritt der Selbstannahme und des Selbstmitgefühls ist nicht zu unterschätzen. Er ist sehr wichtig. Ich bin dankbar, wenn Praktizierende so ehrlich und mutig sind, sich nicht in die Praxis der Herzenswärme für andere zu stürzen, bevor nicht die Selbstversorge und Wärme für einen selbst in ausreichendem Maße vorhanden ist. Natürlich bedingen sich diese beiden Aspekte der Liebe, aber viele von uns müssen sich mehr Zeit geben, die Selbstannahme und Liebe für uns selbst zu finden. Vor allem sollten wir jedes Mal dort beginnen. Wenn wir die Liebe praktizieren, stellen wir uns vor, was uns oder jemand anderem gut tut. Was die Person sich wünscht und stellen uns vor, dass sie all das im Einklang mit dem Weg des Erwachens erhält. Das wünschen wir zunächst aus ganzem Herzen. Dann stellen wir uns vor, dass sich die Wünsche genauso erfüllen und die Person glücklich ist. Und schließlich freuen wir uns darüber, bis uns die Freude an ihrem Wohlergehen ganz erfüllt. Diese drei Schritte beschreiben einen abgerundeten Prozess, was die Liebe angeht. Bei der Praxis von Mitgefühl stellen wir uns vor, was uns oder einem anderen Leid verursacht und erspüren, was wohl die Ursachen dieses Leides sein mögen. Ich wünsche mir oder dieser Person dann, frei zu sein von all dem Leid, das jetzt sichtbar ist und frei von all dem Leid, das noch kommen mag, sowie frei von allen Ursachen des Leides, den Denkweisen und Handlungen, die immer wieder neues Leid verursachen. Dann stelle ich mir vor, wie das Erwachen dieser Person oder dieses Lebewesens aussehen könnte, das frei ist von allem Leid. Ich freue mich daran und fühle mit meinem ganzen Wesen, wie mich diese mitfühlende Freude am Wohlergehen des anderen erfüllt. Und so verankert sich dieses Erleben tief in mir. Dies führt direkt zur nächsten Praxis. Die Praxis der Freude besteht darin, sich an allem Heilsamen zu freuen, das es in dieser Welt gibt. Wir beginnen auch hier bei uns selbst. Auch wenn es nur ein paar freundliche Worte waren, ein kleines Lächeln für jemanden oder ein spontanes Geschenk. Ich freue mich an all dem Heilsamen, was schon gewesen ist, auch an den fünf Minuten, die ich es geschafft habe zu meditieren. Es geht nicht um die zehn Minuten, die ich nicht meditiert habe. Es geht darum, auch das Geringste aufzuspüren, an dem ich mich freuen kann und das zu Glück, Offenheit und Entspannung beiträgt. Lasst uns das jetzt mit einer uns lieben Person versuchen. Amn! 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 Dann mache ich dasselbe mit einer anderen Person. Vielleicht habe ich Situationen beobachtet, in denen diese Person heilsam gehandelt hat, für sich selbst oder für andere. Ich freue mich an jedem Moment heilsamen Handelns dieser Person. Ich stelle mir vor, wie das Heilsame in uns immer mehr zunimmt. Und freue mich auch bereits im Voraus über all das Heilsame, das wir noch ausführen werden. Für die Freude macht es keinen Unterschied, wer die heilsamen Handlungen ausführt. Es zählt nur, dass es geschieht, dass es in der Welt ist. Freude, wie auch mit Freude, haben diese unglaubliche Kraft, hindernde Grenzen aufzulösen. Ich bekomme zum Beispiel mit, wie jemand einem anderen etwas schenkt und spüre, wie es genau das Richtige ist, diesem Menschen jetzt das zu schenken. So wie in der berühmten Legende. Eine Person schlottert vor Kälte und der heilige Martin teilt seinen Mantel und die Person am Wegesrand friert nicht mehr. Was auch immer die heilsame Handlung ist. Ich freue mich so an ihr, als würde ich sie selber ausführen. Hätte der heilige Martin den Mantel nicht geschenkt, hätte ich ihn geschenkt. Freude bedeutet, sich in vollem Einklang mit der Handlung des anderen zu freuen. Frei von Neid. Einfach toll, dass jemand so etwas gemacht hat. Eine selbstlose Mitfreude, die nicht aus dem Ich heraus geboren ist. Freude daran, Leid zu mildern und Glück zu stärken. Wenn wir Gleichmut in alle Himmelsrichtungen ausstrahlen lassen, dann beinhaltet das, wird es Freisein von Anhaften und Ablehnen zu kontemplieren. Ich kann so beginnen. Ich freue mich, in einer Situation, mein reaktives Anhaften oder Ablehnen bemerkt und zumindest ein wenig losgelassen zu haben, wodurch sich mehr Herzensweite und Gleichmut einstellten. So kontempliere ich verschiedene Situationen, in denen es mir möglich war, nicht den Reaktionen von Anhaften und Ablehnen auf den Leim zu gehen. Ich kontempliere, wie hilfreich die großen Qualitäten von Herzensweite und Gleichmut in konkreten Situationen sind und stelle mir vor, wie es sein könnte, auch bei schwierigen Herausforderungen in einem weisen, mitfühlenden und dadurch gleichmütigen Verstehen zu bleiben. Ich achte darauf, dass ich in meinem Gleichmut empathisch bezogen bleibe und mich nicht der Situation entziehe. Lasst uns das mit uns selbst versuchen. ZOB-REN-TRIKZ 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 Vielen Dank. Dann stelle ich mir eine liebe Person vor, wie sie in ihrer Freude, ihrer Liebe, ihrem Mitgefühl frei wird von Anhaften und Ablehnen. Ich wünsche ihr zutiefst, dass sich diese zusätzliche Dimension der gleichmütigen Weisheit in allem zeigt, was sie tut, und dass sie die letztendliche Gleichwertigkeit aller Phänomene verwirklicht. Dies stelle ich mir für eine Person nach der anderen vor, bis es auch bei den für mich ganz unangenehmen Menschen möglich ist, die heftige Gefühle auslösen. Lasst uns auch das direkt umsetzen, mit einer Person, bei der es uns relativ leicht fällt, das Herz zu öffnen. Lasst uns auch das direkt umsetzen, mit einer Person, bei der es uns relativ leicht fällt, das Herz zu öffnen. Lasst uns auch das direkt umsetzen, mit einer Person, bei der es uns relativ leicht fällt, das Herz zu öffnen. Viele von uns sind im Rahmen von herausfordernden Partnerschaften heftigen Gefühlen begegnet. Oder Widersacher im beruflichen Umfeld haben uns arg zugesetzt. Wir erinnern uns, welche Ablehnung wir gespürt haben, wie intensiv die Abneigung war, die Wut, vielleicht sogar Hass. Und beginnen, die Meditation des Gleichmutes auf diese Situationen anzuwenden. Dann erinnern wir uns daran, wie wir verliebt waren, voller Anhaften. Es gab Situationen, in denen wir nur noch an einen Menschen dachten und ohne ihn nicht glücklich waren. Auch diese Situationen durchdringen wir mit Gleichmut, mit dem Erkennen, wie Anhaften zu Leid führt. Es hilft nichts, sich den Gleichmut einzureden. Wir müssen eine Analyse von Ursache und Wirkung vornehmen. Was macht frei? Was macht unfrei? Was macht glücklich? Was macht unglücklich? Und zugleich hilft es, sich selbst und den anderen zu verstehen. Wenn wir die Situationen mit weisem, mitfühlendem Verstehen durchdrungen haben, wird sich allmählich Gleichmut einstellen. Lasst uns dies direkt mit einer Situation üben, in der wir nicht besonders gleichmütig waren. Wir rufen uns die Situation in Erinnerung und gehen mit einem feineren Gewahrsein in sie hinein, ganz langsam, um sie auf neue Art zu erleben. Wir rufen uns die Situation in Erinnerung und gehen mit einem feineren Gewahrsein in sie hinein. Diesen Gleichmut dehnen wir dann allmählich auf weitere Situationen aus. Und stellen uns zudem vor, dass er auch in all denen entsteht, an die wir denken. Dann stellen wir uns dasselbe für Tiere vor und gehen im Denken an sie alle vier Qualitäten durch. Dann machen wir dasselbe für alle unsichtbaren und unbekannten Lebewesen. Und schließlich stellen wir uns vor, dass diese Geisteshaltung den ganzen Kosmos durchdringt. Vielleicht gibt es belebte Sterne in diesem Universum oder Lebewesen, die einfach im Raum existieren und nicht auf Nahrung angewiesen sind. In unserer Vorstellung dehnen wir unsere Übungen in alle Richtungen des Universums aus und nehmen alle möglicherweise existierenden Universen mit dazu. In unserer Vorstellung